so hallo wir machen weiter bei tiers of the kingdom letztes mal haben wir die juno fähigkeit kennen gelernt und plötzlich gefällt mir schon wieder viel besser der kollege weil er doch tatsächlich eine sehr nützliche fähigkeit hat also das feiere ich sehr infos zum display in der beschreibung es ist blind es ist ungeschnitten und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen denn hier ist doch tatsächlich eine kleine höhe osthöhle an der juno genau das meine ich na und er kann ja auch sogar angreifen also und wir behalten ich hatte die ich hatte die befürchtung dass wir immer nur einen geist nutzen können wir können einfach alle nutzen das heißt wir werden mit jedem stärker und stärker das ist voll gut und das ist was ich meine das ist auch voll gut weil es jetzt halt ihn einfach nutzen kann um dadurch diese ganzen durch diese ganzen steine zu kommen was vorher einfach ewig gedauert hat so dass es das ist so stark das ist so stark also die fähigkeit ist wirklich super gut ich hab da sonst ja immer vom teil und was weiß ich was alles genutzt und das braucht jetzt alles nicht mehr es ist so gut ich kann gar nicht in worte fassen wie gut das ist die wussten schon dass juno grundsätzlich nervt und mussten halt nur wirklich sinnvolle fähigkeit geben das haben sie geschafft finde ich wirklich super so okay jetzt müssen wir noch da lang gehen kommst du her ich muss neue brandschutzmedizin moment scheibenhonig ich habe keine mehr dann sollten wir hier mal gerade rausgehen okay das könnte ein bisschen eng werden noch eins okay wir sind draußen puh ah wenn ich jetzt mit yonobu zur zentrale gehe kriege ich vielleicht die feuerrüstung umsonst so hey wir bräuchten die das wäre eigentlich voll cool wenn das geht oder verkauft er mir die auch nur ich meine er ist der boss so ich müsste dafür röstung jetzt umsonst bekommen ja eben sei dankbar nee ich will die geschenkt bekommen was ist das denn ich muss die welt retten und muss hier das ding kaufen das nicht das ist nicht schön so habe ich mir das nicht vorgestellt was ist hier oben was hier oben ist wow was war das jetzt für eine aktion ach hier ist sogar eine leiter ja moin das macht es natürlich etwas angenehmer ich habe sogar eine leiter nach unten okay ähm wo bin ich denn jetzt gelandet yonobus tage oh nein ich hasse es tagebücher zu finden aber let's go nachdem der tonsberg aufgehört hätte vorher zu sparen hätte kühlte auch die lava hier in eldine ab die temperaturen fielen drastisch ja das ganze klima veränderte sich als folge davon wurden viele von uns krank andere verfielen wegen der veränderung in panik wenn das so weiter geht ist es aus mit coronia es muss etwas geben das ich tun kann die lava ist abgekühlt und hat sich verhärtet jetzt können wir an orte gelangen die vorher unerreichbar waren eldine hat sich in eine felslandschaft verwandelt diese fels müssen reich an ärzen sein da gibt es nur eins graben graben und nochmals graben ich muss so viel erz werden dass coronia wieder auf sicheren beinen steht ich war so in die suche nach erz vertieft dass ich gar nicht bemerkt habe wie sich die anderen mir angeschlossen haben am fleißigsten dabei waren tokacin und ofrak ich habe mich geirrt ich bin nicht der einzige dem etwas am wohlergehen von coronia gelegen ist also habe ich beschlossen eine firma zu gründen die dafür sorgt dass alle sicher und unbesorgt arbeiten können ich nenne es yonobau tokacin und ofrak haben sich den namen ausgedacht mir ist es hier manchmal immer noch zu kühl aber so langsam gewöhnen sich alle an die veränderungen wir müssen ausnutzen dass endlich besucher zu uns kommen können ohne spontanen flammen aufzugehen also haben wir beschlossen eine neue straße zu bauen damit möglichst viele leute problemlos nach coronia gelangen und dann können wir ihnen die ärzte die die yonobau fördert zu einem sonderpreis verkaufen irgendetwas ist passiert man nennt es kataklysmus jedenfalls schwebt heirol jetzt in der luft prinzessin selda und link werden vermisst und pura hat eine große suchaktion ins leben gerufen ich möchte auch helfen aber letzter zeit kommt so ein merkwürdiger dampf aus dem todesberg dem werde ich einmal nachgehen nicht dass sich dort etwas verbirgt das eine gefahr für coronia und yonobau ist ja das hat gut funktioniert auch hier sieht man auch interessanter hier sieht man sogar so ein gericht einfach was man zubereiten könnte sehr interessant was ist hier ach so da komme ich wieder aus ja gut okay kommt bevor wir noch mehr von diesem gewürzzeug immer herstellen müssen verkaufen wir halt mal ein paar sachen wir brauchen 700 richtig oder machen wir das einfach mal so so jetzt gibt mir das ok dann würde ich jetzt aber tatsächlich gerade mal folgendes machen ganz kurz noch wo war die denn steil des waldes wo war steil des waldes war das hier ja hier war steil des waldes ach so jetzt verliert man ihn erstmal wieder weil er nicht okay weil er nur in dem gebiet genutzt wird bis er halt dann frei ist ich esse was heißt frei bis er dann vom spiel sozusagen freigespielt wurde ich verstehe aber ich hatte es auch nicht vor ihm mit zu mir nehmen das passt schon ich will ja nur kurz zu der Fee ich will ja nur kurz zu der Fee äh war die nicht da oben irgendwo doch ja hier war die doch doch passt schon ich lauf richtig ich lauf richtig alles gut so jetzt können wir mal gucken ob ich jetzt Feen rumfliegen weil normalerweise bei einer Feenquelle immer Feen rumfliegen aber bei der scheinbar nicht ne ja ärgerlich weil ich hätte gern so ein paar Feen mitgenommen aber was solls was solls so ein wenig verstärken wahrscheinlich die Feuerrüstung ne yes perfekt Moblethorn haben wir dafür gebraucht wunderbar sehr schön mehr geht grad nicht okay aber ich hätte es jetzt schon cool gefunden wenn hier irgendwelche Feen gewesen wären oh ich dachte es ist eine Heilquelle gleichzeitig ist es gar nicht wir sind halt echt keine Feen ne eine Feenquelle ohne Feen schon weird vielleicht kommen die mit der Zeit vielleicht kommen die erst wenn man alle freigeschaltet hat so kann ja auch sein dann dann kehren wir zurück nach Corona ja schlechter Schrein schlechter Schrein schlechter Schrein schlechter Schrein ganz schlechter Schrein das ist der unterirdische der bringt mir herzlich wenig der bringt mir herzlich wenig der bringt mir herzlich wenig einfach nach oben ist auch in Ordnung wir können auch von hier aus nach oben an irgendeiner Stelle werden wir schon hoch dürfen ja ab nach oben uuuuuh ja let's go da haben wir doch direkt was gefunden für Yunobu das ist ein ordentlicher Stein kann man mal kaputt machen oh ja da war ordentlich was dahinter aber ich sehe das schon kommen das könnte interessant werden wenn jetzt der Geist von dem wir also manchmal ist es wahrscheinlich nicht so gut dass beide Geister oder am Ende sogar vier Geister dann ja da unterwegs sind ähm ist dann vielleicht gar nicht mal so gut weil man dann die falschen auslöst die ganze Zeit so als Kämpfer ne wenn die als Kämpfer dabei sind ist das sicherlich cool also das werde ich sehr feiern aber wenn die dann so wenn ich einen speziellen auslösen möchte und die ganze Zeit einen anderen auslöse das könnte ich mir vorstellen dass das stressig wird aber wir werden sehen wie es abläuft ich bin da sehr gespannt ich bin da sehr sehr gespannt so wir gehen das mal hier hoch vor allem von hier oben sollte man dann relativ schnell und problemlos zu ähm zum Todesberg rüber kommen können oh hier ist ein Stahl hier noch kann ich den von hier fotografieren da habe ich schon ja okay dann habe ich das schon da oben ist der Schrein wo wir hin wollten oh das ist ja doch nochmal ein interessanter Weg ne ach wie komme ich denn da am angenehmsten hoch jetzt fliegen wir es mal rüber sehr gut so so okay da liegt einfach so ein Ding rum ach ach komm zu wem willst du denn jetzt wieder oh hier sind richtig viele Sonau-Teile gelandet wo ist er denn ich habe jetzt hier quasi drei Millionen Möglichkeiten den da rüber zu bringen ja Yonobu Loll hier ist einfach eine Rakee okay also hier sind richtig viele von diesen Teilen brauche ich gar nicht alle aber hey was solls Westbaustelle am Todesberg ah das hier habe ich gesucht was machst du das ist mein Schleimstein der muss sorgfältigst gegrillt werden damit der Außenknochen knusprig aber innen noch schön zäh ist okay also wir können auch gerade nichts tun ja dann ist das so du kannst du mal da rein ich such dir aber noch einen Ventilator Notfalls kann ich ja einen spawnen lassen aber ich glaube hier sind ja hier sind natürlich genug Ventilatoren easy das ist kein Ventilator das schon das ist kein Ventilator jetzt k wp Ich hab zwar nix davon gesagt, aber ist okay. Hä, warum ist der denn jetzt die ganze Zeit so auf? Achso, wenn wir fahren, wird der automatisch zur Kanonenkugel oder was? Stopp! Ich hab gesagt, stopp! Mein Gott, ey. So, gib mir meine zwei Krox-Samen. Sehr schön. Okay. So, wir fahren gleich wieder zurück. Gucken aber kurz noch hier oben. Oh. Das sind vielleicht ein paar viele. Boah, aber er kann aber auch ordentlich... Yo, ich kann ihn ja ordentlich als Waffe dann einsetzen da auch. Okay, das ist cool. Not gonna lie, das ist super cool. Bei ihm macht das ja auch einfach überhaupt nichts. Er fetzt die einfach weg. Weil er's kann. Das ist voll sick. Das ist echt voll sick. Okay, waren es allerdings nicht weiter wichtig, die Kollegen. War einfach so ein Monsterlager halt. Das ist okay. Ja, hier sind jetzt auch nur Holzpfeile. Das wär langweilig. Da ist gar nichts. Ich freu mich auch über einen Holzpfeil. Oh, ne Röstkram. Okay. Gut. Dann fahren wir jetzt wieder rüber. Denn ich wollte mir die Mine genauer anschauen. Aber das finde ich cool, dass sobald man fährt, wird er einfach zur Kanonenkugel. Das hat was. Das hat sehr was Interessantes. Aber werde ich noch nicht nutzen können. Oh. Ja, jetzt ist er ein bisschen weiter gefahren. Ärgerlich. Aber egal. Keine neuen Bauen. So. Zack. Drauf da. Let's go. Todesberg West. Stopp. Nicht aufgeben. Da wollte ich nicht rein. Okay, dann kann ich mit dem Ding doch nicht fahren. Ist das so in Ordnung? Okay, hier können wir einmal aufbrechen. Okay. Hier sind drei Millionen Raketen. Ah, die kann ich gar nicht. Okay. Muss ich die erst bergen, oder was? Okay. Was soll das bringen? Oh, hier geht's, hier ist, hier ist, was ist, was ist deine Mission? Du hattest ein Ausrufezeichen. Ich dachte schon, dass Hilfe naht und dann ist es nur ein Hylianer. Tja, die Schienen sind zerbrochen und ich sitze hier fest. Aber den anderen Arbeiten fällt das nicht mal auf. Auf niemanden kann man sich verlassen. Wenn das so weitergeht, also wenn das so weitergeht, dann kann ich gar keine Schlemmsteine kaufen gehen. Und das hier ist der letzte. Kannst du mir nicht helfen? Lass mich auf der Lore da nach draußen fahren. Okay, alles klar. Okay, ich kann ihn aber nicht da draufsetzen. Also er müsste sich schon selber auf die Lore setzen. Ja, steig rein. Oh mein Gott. Steigst du jetzt rein? Ei, ei, ei. Okay, er ist drin. Das ist doch schon mal was. So, jetzt haben wir die Raketen gefunden. Dann gucke ich aber kurz, ob ich noch irgendwas anderes hier finde, außer die Missionsgegenstände sozusagen. Oh ja, hier geht's weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, natürlich, weil du noch fehlst. Treffer versenkt. Nois. Aber sonst ist hier tatsächlich nichts weiter. Okay. Nun gut. Zwei Raketen sollten reichen. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr brauchen. Einz. Zwei. Let's go. Noch etwas weiter. Er will noch einen Tick. Oh mein Gott. Ist ja gut. Was war hier? Wo waren die Ventilatoren? Da ist einer. Ah, ist ja ganz ehrlich, den Rest könnte jetzt auch laufen, ne? So, das ist... Das ist jetzt schon so ein bisschen albern von ihm. Dass er da so albern rumtut, aber hey. Hui. Wow. Ey, ernsthaft. Zwei Meter. Oh Mann. Okay. Was soll's. Aha. Ne, ich will keinen Schleppstein. Oh. Jupp, das nehme ich. Hm? Alles klar. So. Gut, dann haben wir das geklärt. Das war sehr wichtig. Oh Mann. Ich dachte jetzt, das ist irgendwie so ein krasser Höhleneingang, aber nee. War es mal wieder nicht. Okay, mit dem Ding können wir fahren. Da ist gar nichts. Okay. Wo ist jetzt? Ach Mann. Ich wollte den Ventilator holen, aber jetzt ist der weg. Ach, das ist halt schon wieder dumm. Da drüben waren welche, ne? Hallo? Es geht doch. So, zack. Let's go. Und los. Mal schauen, wohin wir jetzt fahren mit dem offenen Weg. Oh, das geht jetzt. Ach, jetzt habe ich es wieder so blöd gebaut, dass der immer hängen bleibt oder was? Ach. Ach, komm schon. Viel zu realistisch. Ja, so fahren wir erstmal ganz gut hier hoch. Ist doch nicht, ist doch nicht, ist doch nicht, ist doch nicht verkehrt. Ist doch nicht verkehrt. Ich habe nicht auf die Energie geachtet. Ist doch nicht verkehrt. So viel dazu. So viel dazu. Das hat super funktioniert. Scheiße. Irgendwann gibt es übrigens mit hundertprozentiger Sicherheit, ich meine, ich sehe das schon die ganze Zeit, ne? Eine Mission, wo es heißt, zwischen den beiden Echsen, wo die sich angucken oder guck mal, da ist sogar, also da sehe ich auch so, dass da was ist. Das ist bestimmt irgendwann irgendeine Mission. Diese beiden Teiche, es sind zwei Echsen und die gucken sich an, also, das ist, das ist halt mehr als offensichtlich, dass da irgendwas sein wird. Keine Ahnung was, keine Ahnung wann, keine Ahnung wie, aber da wird was sein. So. So. Oh, der Fels ist wieder da. Das hat nicht so gut funktioniert. Yonobu? Wo ist er denn jetzt? Mach die Scheiße weg. Och nö. Okay, let's go. Jetzt aber wirklich. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr überall hängen bleiben. Auf geht's! Scheiße. Ach, aber jetzt kriegen sie mich nicht, natürlich. Jetzt kriegen sie mich nicht, ist klar. Okay, das führt mich halt komplett hoch, das ist voll gut. Das ist voll gut, wie hoch mich das führt. Okay, ganz großer Fan. Tschüss. 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 Nice. Sehr nice. Oh lol, wo kommt... Okay, ich sammle die einfach so ein. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Okay. Wer auch immer das gerade einsammelt. Hier soll es recht sein. Jo, wir fahren wirklich den kompletten Weg hoch. Das ist ja so viel angenehmer als alles andere. Okay. Da sind wir wohl oben angekommen. Hinweise für halianische Arbeiter. Kontakt mit Miasma. Ja, ist zu vermeiden. Das ist wohl wahr. Okay. Er ist schon ein bisschen übermotiviert. Ah, krass, wie hoch wir einfach schon sind, ne? Wir sind oben. Wir sind im Prinzip komplett hochgefahren. Jo, das ist übel. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so einfach hier hoch... Okay. Link, hier drüben. Ja, wir sind ganz oben. Wow. Das ging viel schneller, als ich dachte. Das ging viel schneller, als ich dachte. Das ging viel, viel schneller, als ich dachte. Ist der Schrein jetzt hier? Den wir gesehen haben? Oder wo ist der? Genau hier habe ich sie gesehen, oder? Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Und naja, dann gab sie mir eine Maske, die ich tragen sollte und... Und danach also... So ein Schotter sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Ja, genau. Die Prinzessin, da ist sie ja! Zelda, hey, hör doch mal bitte! Da oben ist es viel zu gefährlich! Wieso kommst du nicht... Oh, ha? Ähm... Ähm... Oh, dang! Ausgeburt des Todesburg-Kraters Ilvazia. Warte, kämpfen wir jetzt gegen den Boss? Was ist denn da aus dem Krater gekommen? Sind das Monster aus rotem Stein? Und auch gleich noch drei auf einmal? Nein, Moment, das ist ein Monster mit drei Köpfen. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Warum sagt mir keiner, dass im Todesburg so ein Vieh lauert? Wenn wir dieses Monster schnell besiegen, ist Prinzessin Zelda... Ach, Prinzessin Zelda... Alter, checkt ihr nicht, dass die... Oh, mein Gott. Ja, wir müssen da hochkommen. Bruder, wir haben jetzt einfach einen Kampf. Was? Was? Ja, äh... Ja. Ich muss fliegen. Oha, ich muss fliegen. Oha, ich muss fliegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht. Jetzt komm ich! Yo! Wir haben endlich mal wieder gute Musik. Wenn wir ihn nicht weiter auftreffen, sind wir geliefert! Ich arbeite dran. Ja, für den... Für den kommt auch was. Ah, scheiße. Okay, steuert sich gar nicht mal so schlecht, wie gedacht. Ob das Schlimme erwartet, tatsächlich. Ob das deutlich schlimmer erwartet. Bäm! Easy. Jetzt bricht das alles ein. Ich gehe schon davon aus, dass wir noch einen Tempel bekommen. Das wäre schon komisch ohne Tempel. Was war das nur für ein Monster? Ich dachte, Prinzessin Zelda wäre hier irgendwo verschwunden. Warte, ist dir das Loch da gefallen? Oh nein! Das wäre echt übel, wir müssen hinterher. Ach man, seid halt bitte, denn so los ist es jedem offensichtlich klar, dass es nicht... Okay. Er geht runter, dann müssen wir das natürlich auch machen. Ich wollte eigentlich noch den Schrein auslösen, den wir hier gesehen haben überall, aber... Wo ist denn der jetzt, auf welcher Höhe? Wo ist denn jetzt dieser verdammte Schrein? Der ist irgendwo da drüben dann. Ja gut, dann... Dann soll es halt noch nicht mit dem Schrein sein. Dann gehen wir erst mal runter. Aber wer führt das jetzt? Das führt komplett runter. Oh, das geht... Oha! Das führt denn in den Untergrund. Haben wir jetzt ein Tempel im Untergrund? Abgrund am Todesberg. Say what? Oh nein! Ja! Ja! Ja, erst mal auslösen. Die Wurzel. Allen Übels. Oh, hier wäre es jetzt halt... Ja. Ach du Schande. Hier wäre es jetzt halt auch wieder super heiß, wenn ich nicht Dings hätte. Okay, wir müssen diesmal in den Untergrund. Puh, und Yonobu ist jetzt aber erst mal... Ach nee, hier ist er ja. Stabil. Wer hätte gedacht, dass es unter dem Todesberg so aussieht? All die roten Felsen. Was soll Prinzessin sein? Ah, Alter, gehen wir nicht Prinzessin helfen. Na du? Da ist der Tempel. Da, schon wieder. Du hast die Stimme doch auch gehört, Link, oder nicht? Irgendjemand ruft mich zu sich, so klang es ganz sicher. Mal überlegen. Ja, es muss von dort irgendwo gekommen sein. Vielleicht hat die mysterische Stimme ja irgendwas mit Prinzessin Zelda zu tun. Hört doch mit Zelda auf. Wir wissen, dass es fake ist. Ich verlange nicht viel von dir, Yonobu, aber sei einfach nicht dumm. Das würde schon reichen. Ich bin doof. Aber das coole ist ja, die, ich hab's ganz vergessen, die geben ja hier unten so Nanium, ne? Ja, das ist an sich ja voll cool. Tue ich. Ach, die anderen haben die erledigt. Sehr gut. Okay, hier könnten wir jetzt so Autos bauen. Die Frage ist, müssen wir das? Oh, hier ist erstmal das Ding. Okay, da müssen wir ihn mal auslösen. Nein, ich trottel. Mein Gott, ich würde... Wie oft ich das noch machen werde, weiß ich auch nicht, ne? Okay, neu. Lenk... Ah ja, okay, verstehe. Batterie, Lenk-Element, Rad, Lenk-Element, Lenk-Element, das hat's, Batterie, Rad, Lenk-Element, Lenk-Element. Okay, das waren vier Stück, sind das alle? Nein. Eins fehlt noch. Gämpeln wir mal, dass es bei zwei Stück kommt. Schade. Ja, okay, der Kochtopf war's. Der Kochtopf war's, jetzt sind aber alle da, ne? Ja, okay. Da sind ganz viele Seelen. Auch nicht schlecht. Oh. So. Wie kommen wir zu dem Tempel da am schnellsten hin und hoch und wie auch immer? Nein. Oh mein Gott, ich hab schon viel zu lang nicht mehr. Nein. Yes. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon viel zu lange nicht mehr Leuchtsamen geworfen. Ah, okay. Einfach nach oben. Einfach nach oben, easy. Hm, hm, hm. So. Alles mir, alles mir. Was ist denn das da drüben? Sonanium-Brocken. Das klingt nicht angenehm. Sonst noch irgendwas Spannendes da drüben? Ne, nur Sonanium-Brocken. Gut, die sollen erstmal Sonanium-Brocken bleiben. Wir wollen ja in die Richtung weiter. Ja, und in die Richtung geht es grundsätzlich auch erstmal weiter. Dass wir ein bisschen klettern, sieht erstmal machbar aus. Betonung liegt auf erstmal. So. Ja, schaffen wir. Easy. 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 Sehr schön. Noch eine Runde höher. Kein Problem für uns. Jawoll. Guck mal, da ist wieder so eine legendäre Waffe. Das heißt legendäre Waffe, aber so eine so eine saubere Waffe. Was haben wir denn hier in dem Fall? Reiseschwert. Ja gut, haben wir ja eh schon eins. Guck mal, noch eine Wurzel. Warum nicht? Und das ist wohl dann der Tempel, oder? Könnte hinkommen. Jedenfalls erstmal Wurzel auslösen war der miasma nein okay sah nur so aus aber witzig hier ist die wurzel und gleich da drüben ist doch eine ok meinetwegen zack sehr schön oder ob es mehr mit einem dummen schleim okay das scheint der feuer tempel zu sein ich nenne es halt jetzt feuer tempel so keine ahnung könnte auch höhlen tempel heißen was weiß ich mir völlig egal wie wir das werden es ist eine heilquelle ich brauche energie schade dachte weil es so schön dampft leider keine heilquelle kommen wir noch zum eingang ist die frage das ist ja das ist okay das ist offensichtlich der eingang das ist über offensichtlich der eingang dann gehen wir noch schnell zum eingang und dann hören wir mit dem pate auf da muss ich rüberfahren ich glaube super hier reicht noch nicht jetzt aber müssen nur darüber oder wer eine truhe nicht ins wasser fallen ich will mir nur die truhe holen wieso komme ich an die truhe nicht dann halt so dann halt so ich habe nur ein bisschen angst um meine so ein bisschen sorge um meine herzen vorsichtig na toll passt schon so kommt jetzt noch was nerviges oder kann ich einfach zum eingang es wäre sehr freundlich wenn ich einfach zum eingang dürfte okay hier ist sozusagen schon die die sequenz ich dachte erst wenn ich den fels kaputt mache und es heißt tatsächlich feuertempel wer hätte es erwartet wer hätte es erwartet kommt bestimmt ich gehört habe etwa von hier ja ich bin doch da ja können wir das jetzt aufmachen und nicht drüber quatschen wie wäre es damit was ist das bloß für ein ding und das hat es sich unter dem todesberg zu suchen da ist ja selda aber interessant dass wir hier sehr oft auf sie treffen weil das bei den orny gar nicht passiert ist ich dachte jetzt nicht dass das in den einzelquests hier passieren wird aber dass er nicht checkt dass sie nicht gut ist das ist verwundert mich doch sehr dass er das nicht checkt dass sie nicht gut ist aber gut was soll's er ist halt ein bisschen naiv gerade drauf ist okay kann ich akzeptieren direkt davon scheint was zu sagen ja dann lass uns doch hingehen und nicht rumquatschen oh guck mal fünf sachen müssen wir machen mensch wer hätte das erwartet wer hätte erwartet dass wir fünf dinge tun müssen an verschiedenen orten also ich nicht link hier drüben ja ja das ist gar nichts zu setzen gefangen müssen sie schnell retten aber wie kommen wir nun diesen raum mensch wenn ich nur mit dir reden könnte und dir sagen könnte dass das alles fake ist aber hey kann ich nicht wenn wir das auslösen müssen alle fünf ausgelöst sein und hey komischerweise geht das noch nicht ach so was doof ist aber auch ja an denen hängt es alles klar hast du hast es gesehen das tors hat sich etwas bewegt ja komm wir wissen was wir zu tun haben es ist es also ich will da nicht drüber aber es aber es aber es ist schon ein bisschen doof vor wenn man weiß was zu tun aber es ist aber es ist wer hätte wer hätte das erwartet wer hätte das erwartet aber es ist aber es ist es ist